So meine Freunde, ich wünsche euch einen zauberhaften Samstag. Schönes Wetter haben wir ja für alle, die die frei haben. Genießt den Tag auf jeden Fall mit euren Liebsten. Jetzt gibt es hier natürlich nochmal kurz Hertha-News, die neuesten Sachen. Es geht um einen nochmal darum, der Kicker hat wohl ausgerechnet, wie viel weniger TV-Gelder Hertha zur Verfügung stehen würden in der zweiten Liga, auf die wir ja erstmal hoffen müssen. Dann geht es um den Saisonvorbereitungsplan, den Hertha veröffentlicht hat. Und leider sollen uns schon wieder zwei große Talente verlassen haben oder verlassen jetzt im Sommer. Dafür kommt aber wohl ein neuer Mann für den Nachwuchsbereich laut der Bild-Zeitung. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Morgen gibt es dann, wenn nichts dazwischen kommt, das neue Vier-Gewinnt-Video mit vier Spielern, die ich mal vorschlage. Da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, einige habt ihr jetzt schon auf dem Schirm gehabt. Ich freue mich auf jeden Fall immer auf diese Videos. Ja, lasst uns anfangen. Also die TV-Einnahmen sind ja drastisch weniger in der zweiten Liga. Das ist auch immer ein Grund, warum in die Verträge reingeschrieben wird der Profis, dass sie deutlich weniger verdienen, wenn die Verträge eben für die zweite Liga gelten. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Klubs dann immer so eine extremen Etat-Cuts haben, beziehungsweise Etat-Einsparungen. In Herthas Fall hat der Kicker wohl ausgerechnet, dass Hertha in der zweiten Liga 26,5 Millionen weniger durch TV-Geld erhalten würde. Also dann nur noch 24 Millionen. Da sieht man mal, wie krass das ist. Das ist eine Reduktion, obwohl es sich ja um ein Top-Team dann in der zweiten Liga handelt, die ja auch viele Zuschauer mitbringen und viele Einschaltquoten. Das ist eine Reduzierung von mehr als der Hälfte. Mehr als die Hälfte weniger auf 24 Millionen. Bei Schalke, die bekommen sogar noch weniger durch den Abstieg in der zweiten Liga. Die bekommen dann nur noch 21 Millionen, also nochmal drei Millionen weniger. Und haben eine Reduktion um 24 Millionen Euro. Also das Verhältnis ist ungefähr dasselbe. Aber sie bekommen dann nominal sogar nochmal weniger Geld. Tja, das ist halt die Krux, wenn du absteigst. Und das Schwierige, und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, du steigst nicht im ersten Jahr direkt wieder auf, kann man sich auch erahnen, warum es dann immer, immer schwieriger wird. Weil ein Jahr kannst du das vielleicht noch stemmen, dass du dann einen relativ hohen Etat hast, um dann eben direkt wieder in die Bundesliga zu kommen. Wir können uns eigentlich gar nichts leisten, um irgendwie auf die Zukunft zu wetten. Wir müssen eigentlich mal irgendwie wirklich anfangen, nur das auszugeben, was wir einnehmen. Aber umso länger du in der zweiten Liga bist, desto mehr musst du auch den Etat reduzieren. Desto unattraktiver bist du natürlich auch als Klub für neue Spieler, die dann auch vielleicht mal sagen würden, gut, ich verdiene jetzt mal ein Jahr weniger, kann ich mir einen Vertrag verankern lassen, dass ich mehr verdiene, wenn ich mit der Mannschaft aufsteige. Also das ist schon echt kompliziert. Ja, dafür ist aber schon mal von Hertha, auch wenn die Lizenz noch nicht durch ist, ein Saisonfahrplan erstellt worden, was man ja schon wusste. 26. Juni beginnt das Training, das ist in 16 Tagen, also ein bisschen mehr als 14 Tage. Einige werden natürlich verspätet kommen, unter anderem Jessic und Marton, weil die jetzt noch zur U21-EM fliegen. Mit Deutschland, da wünschen wir denen natürlich viel Erfolg. Ein Testspiel steht auch schon fest, und zwar am 7.7. um 19 Uhr gegen den BFC Dynamo. Kann man ja mal gucken, ob man da vielleicht hingehen kann, wenn da Zeit ist. Friedrich Ludwig Jahn, Sportplatz soll das, glaube ich, stattfinden. Und ein Trainingslager steht auch schon fest. 12. bis 21.7. in Österreich, in Zell am See. Okay, keine USA, das macht einem doch schon mal ein bisschen Mut. Man weiß auch gar nicht mehr, was man sich wünschen soll. Wir hatten ja auch die Saison davor, die ja auch so eine schwierige Saison war, wo wir mit Pal Dardai reingegangen sind und das erste Mal mit Fredi Bobic haben wir doch so eine tolle Vorbereitung gespielt, unter anderem mit einem 4-3 gegen Liverpool und solche Geschichten. Vielleicht sollte man sich einfach mal die schlechteste Vorbereitung aller Zeiten wünschen. Ich weiß es nicht. Es gab auch schon Gerüchte, dass es eventuell noch ein Spiel gegen Standard Lüttich und gegen Fair North Rotterdam geben könnte. Also da bleibt es auf jeden Fall interessant, wer da unsere Testspielgegner sind. Auf jeden Fall kann man sagen, dass eben so eine Testspielgegner wie in den USA mit den, wie nennt man das, Fußballakademien oder mit den Highschools da, das ist natürlich einfach kein Maßstab. Das ist einfach kein Gratmesser und deswegen wäre es auf jeden Fall gut, mal gegen vernünftige Gratmesser wie eben Fair North und so weiter zu testen, damit man das mal ein bisschen vielleicht einschätzen kann, auch wenn Vorbereitung natürlich nichts aussagt. Und auch, was man natürlich auch sagen muss, wir sind ja ein Zweitligist, bei uns startet die Vorbereitung natürlich auch viel früher. Also wenn wir jetzt gegen Fair North oder gegen wen auch immer spielen aus einer ersten Liga, ich weiß nicht, wann die Ligen in diesen Ländern beginnen, aber dann könnte es natürlich sein, dass wir da auch schon einen gewissen Vorsprung haben. Also es ist sowieso schwer einzuschätzen, aber ich finde, man sollte dann sich schon Gegner suchen, die auf dem gleichen fußballerischen Niveau agieren. So, und dann gibt es mal wieder, gab es ja die Woche schon mal zu vermelden, einer nach Dortmund, der andere weiß gerade gar nicht mehr, wo der hingewechselt ist. Man kann sich gar nicht mehr merken, wo die ganzen Jugendspieler hingehen. Jetzt holt sich Leipzig wohl auch noch zwei Jugendspieler aus unserer Jugend. Einmal Johann Ngatschö, wenn man den so ausspricht, 15 Jahre jung, wechselt von Herthas U15 in Leipzigs U16, hat also auch dort einen Aufstieg zu verzeichnen, wird als dribbelstark von der Bild bezeichnet. Und Amos Gerd, 16 Jahre jung, Stürmer, war wohl daran beteiligt, dass die U16 von Malik Fatih den Titel einheimsen konnte in der Regionalliga Nordost. Und ja, die Leipziger wollen jetzt wohl einen Großangriff auf Talente starten und noch mehr darauf setzen. Und aufgrund der räumlichen Nähe und unseres mega guten Nachwuchsleistungszentrum muss man sich ja da echt schon Sorgen machen, dass neben Gladbach, die gerne bei uns will, dann Dortmund und Bayern, wo ja auch schon einige hingegangen sind in den letzten Jahren, dass jetzt auch noch Leipzig damit anfängt. Und bei Leipzig ist es halt wirklich so, die haben halt, also jetzt mal aus Spielersicht gesehen, nicht aus unserer Sicht, die haben halt wirklich ein mega organisiertes, ja ein mega organisiertes Unternehmen, kann man einfach sagen. Da ist wahrscheinlich alles top organisiert. Es ist, für jeden Bereich gibt es da perfekte Mitarbeiter, die sich um alles kümmern. Ist natürlich für Eltern dann auch sehr interessant. Und was halt auch interessant ist, ist die räumliche Nähe zu Berlin. Also viel länger als, also anderthalb Stunden maximal brauchst du da hin. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so ein Unterschied, wie wenn junge Leute mit ihren Eltern irgendwie nach Dortmund ziehen müssen, nach Gladbach oder nach München. Sondern nein, sie könnten ja rein theoretisch dort in einer kleinen Wohnung leben, unter der Woche und am Wochenende immer wieder zu den Familien nach Hause fahren. Das ist natürlich für die Leipziger ein großer Vorteil, wenn sie sich bei Hertha bedienen wollen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Manuel Baum kennt ihr ja noch, ist für mich einer, der auf jeden Fall sehr viel Ahnung hat von Taktik, von Theorie. Aber für mich auf jeden Fall auch einer ist, der es als Bundesliga-Trainer nirgendwo richtig, so richtig nachgewiesen hat, dass er da erfolgreich sein kann. Aber ich schätze schon seine Expertise. Der wechselt jetzt wohl, oder ist ja jetzt wohl auch, ins NLZ von RB Leipzig gewechselt. Da kannst du, wie gesagt, noch hoffen, dass die nicht zu krass bei uns rumwildern. Wir sollen wohl für beide Spieler, die jetzt nach Leipzig gehen, eine Ausbildungsentschädigung mal wieder enthalten. Wir können uns ja noch daran erinnern, das hatte die Bild damals veröffentlicht, dass als Gashi, Iigashi, er war ja 14, glaube ich, zu den Bayern gegangen ist, haben wir 90.000 Euro bekommen und gibt dann nochmal 30.000 Euro Boni, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen in der U17 und U19 macht. Plus, man hat sich noch reinschreiben lassen, wenn er 30 Bundesliga-Spiele für die Bayern absolviert, kriegt man nochmal eine halbe Million. Wahrscheinlich wird es relativ ähnlich aussehen. Fünf- bis sechsstellig sollen da die Ausbildungsentschädigungen sein, was natürlich am Ende lächerlich ist. Jetzt muss man auch sagen, man braucht jetzt auch nicht rummeckern und sagen, hier, das ist ja gar nicht der Berliner Weg. Hertha bemüht sich ja schon sehr darum, Talente jetzt frühzeitig zu binden. Haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, ob das Masa, Clemens, Gottschalk und die anderen, die ich da noch alle genannt habe, waren, da bemüht man sich ja schon drum. Und du wirst niemals bei so vielen Jugendmannschaften alle Spiele halten können. Und es wird halt einfach nur gelten, die höchst Talentierten vielleicht langfristig zu überzeugen, die Eltern, das Umfeld zu überzeugen und die an sich zu binden. Aber du wirst niemals alle halten können. Und wenn du halt ein sehr hohes Niveau in deinem Nachwuchsleistungszentrum hast, dann bedienen sich da halt die Leute. Und für so einen großen Verein, ob es jetzt Leipzig, Dortmund und Bayern sind, da ist es halt so, wenn die sich jedes Jahr drei, vier so eine Jugendspieler für eine fünf- bis sechsstellige Summe kaufen und da nur einer von ansatzweise funktioniert, dann hat sich das ja schon gelohnt. Und ja, wie gesagt, aus Spielersicht sind, also Bayern, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da wirklich hinwechseln würde, ist natürlich auch alles professionell, aber die Durchlässigkeit zum Profikader ist ja da nun wirklich nicht so krass gegeben. Gibt es ja nicht sehr oft, dass Bayern da Leute aus der Jugend integriert. Bei Dortmund sieht es ja schon anders aus und bei Leipzig, ja, kaufen auch viel ein, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass sie in Zukunft diesen Weg gehen. Also da haben wir auf jeden Fall eine harte Konkurrenz und dafür müssen wir unbedingt Bundesliga spielen, um diesen Berliner Weg dann auch gut umsetzen zu können, damit eben nicht als allererstes Argument gesagt wird, ja gut, aber unser Sohn oder unser Mandant, der würde ja, wenn er bei euch spielt, nicht mal direkt Bundesliga spielen. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil es vielleicht einfacher ist, den Schritt in die zweite Liga zu machen als junges Talent, als in die erste Liga kann man interpretieren, wie man will. Auf jeden Fall kommt es natürlich darauf an, dass der Trainer in der ersten Mannschaft ein Auge für Jugendspieler hat. Und da haben wir jetzt mit Pal Dardai auf jeden Fall jemand. Ich glaube auch, was ich so höre, dass wirklich Thiam auch einer ist, der wirklich angesehen ist in dieser Nachwuchsszene. Und jetzt will man eben noch einen verpflichten, und zwar den Mann, der die beiden eben genannten Jugendspieler nach Leipzig geeist hat. Und der auch schon letztes Jahr Jugendspieler von Hertha's Nachwuchsleistungszentrum nach Leipzig geeist hat. Und der junge Mann heißt Fabian Blecher, ist 34 Jahre alt. Und der soll jetzt ab 1.7. laut BILD bei Hertha anfangen. Der soll früher mal als Trainer gearbeitet haben, ist wohl auch Berliner Gebürtiger, hat unter anderem bei Tennis Borussia eben im Nachwuchsbereich trainiert und soll auch bei uns vorrangig Trainer machen. Aber er gilt halt in der Nachwuchsszene als sehr, sehr gut vernetzter Mann, als absoluter Kenner im Nachwuchsbereich, vor allem eben auch im regionalen Berliner Fußball. Vielleicht kriegt er das hin, dann, auch wenn seine Hauptaufgabe vielleicht Trainer ist, vermutet wird, dass er in die U14 gehen könnte. Vielleicht kriegt er das hin, dass ein paar Spieler mehr bei uns bleiben. Es wurde in dem BILD-Artikel auch beschrieben, dass es halt teilweise schon so ist, dass die Leipziger, bevor die Spieler überhaupt zu Hertha wechseln, weil die kommen ja meistens dann auch von regionalen, kleineren Vereinen, bevor die zu Hertha wechseln, teilweise auch schon von Leipzig weggeschnappt werden. Und da könnte natürlich, weil er eben auch aus Berlin ist, Fabian Blecher ein entscheidender Mann gewesen sein. Vielleicht haben wir da zumindest mal kurzfristig oder ein bisschen die Linie gekappt. Oder können eben dafür sorgen, dass im ganz, ganz frühen Stadion die Spieler erstmal gar nicht auf die Idee kommen, zu Leipzig zu gehen, sondern zu uns. Wir haben ein riesiges Potenzial, sonst würden sich nicht so viele bei uns bedienen. Aber du musst halt auch mit der ersten Mannschaft erfolgreich im Fußball spielen, um diese Top-Talente dann zu halten. Es ist natürlich auch schwer einzuschätzen, welche Talente werden jetzt weggeschnappt, welche werden verlängert. Verlängern wir nur mit dem, was übrig bleibt, was sich jetzt erstmal hart und böse anhört. Und die Top-Talente gehen alle weg. Oder bedienen sich die Klubs halt bei denen, die sie gerade mal so überzeugen können und versuchen da einfach ihr Bestes. Ich bin nach wie vor weiterhin davon überzeugt, und das sagen auch alle Kenner, dass Hertha eine unfassbar gute Nachwuchsarbeit hat. Und jetzt müssen die Profis halt dafür sorgen, dass wir bestmöglichen Erfolg mit der ersten Mannschaft haben, wenn wir denn die Lizenz bekommen. Sonst ist ja sowieso die Frage, was passiert mit dem Ganzen da alles. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Punkt für die DFL. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber vielleicht ist das ja auch nochmal ein Punkt für die DFL, dass sie sagen, wir können Hertha nicht pleite gehen lassen. Was passiert dann mit dem Nachwuchsleistungszentrum? Das ist doch eine wichtige Quelle für die ganzen Top-Clubs. Ich weiß es nicht. Man greift ja nach jedem Strohhalm, wenn es hier um die Lizenz geht. Auch wenn ich ja eigentlich ein ganz gutes Gefühl habe, bin ich nach gestern, nach diesem Artikel, den ich da gelesen habe, doch schon wieder etwas verunsichert, auch wenn unsere Führung ja gesagt hat, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass wir die Lizenz bekommen. Es bleibt weiter spannend. Und ja, bei den jungen Spielern, was soll man sagen? Ich hoffe, dass wir in Zukunft einen Großteil der Jugendspieler einfach mal halten können. Aber sicher sein kann man sich da nie. Und solange du nicht die Top-Adresse mit der ersten Mannschaft bist, wird es halt unfassbar schwer. Ich glaube, wir sind da aber ganz gut aufgestellt mittlerweile im Jugendbereich. Ich finde es auch gut, dass wir da Leute akquirieren aus anderen Klubs, die da als Top-Männer gelten, die teilweise uns Leute weggeschnappt haben. Gucken wir mal, wo der Weg hingeht. Morgen mache ich dann ein Video zu Spielern, die ich als realistisch empfinde und die uns vielleicht verstärken könnten, auch mit Erfahrung mal und so. In der zweiten Bundesliga kommt dann morgen hier auf diesem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich versuche mal heute noch, habe ich jetzt gestern nicht geschafft, weil ich direkt los bin, den Talk mit der Strickloge zu schneiden und hochzuladen. Wenn nicht, kommt der morgen. Und ja, ich zerfließe hier gleich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hauhe auf bessere Zeiten. Hauhe auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020